Was ist mit dem S5 Ultra PC PMP ein Portable Media Player oder auch M.I.D. genannt? Das Ganze basiert ebenfalls auf dem Intel Atom Silver Tom Prozessor und Intel Polesport Chipsets. Auf diesem Modell ist sogar Windows 6 installiert. Vom Design her könnten wir sogar meinen, ist dem iGo M.I.D. sehr ähnlich aufgebaut. Gleiches Format, nur andere Oberfläche. Hat auch eine integrierte Antenne für DVB-T-Tune-Empfang. Das Ganze wird dann via Display gesteuert mit Touchscreen. Das System funktioniert ebenfalls auch mit Linux und angeblich wohl auch mit Windows Vista. Wobei wir bei Vista einfach meinen, das verbraucht zu viele Ressourcen und dafür ist der Silver Tom Prozessor einfach nicht ausgelegt. Der Willi F5 hat hier verschiedenste Schnittstellen, also einen USB-Port, einen USB-Host-Port, um ihn direkt mit dem PC anschließen zu können. Und hier ist wohl noch ein Anschluss für die Dockingstation enthalten. Auf der anderen Seite ist sonst nicht mehr viel zu finden. Interessantes Gerät, aber auch noch nicht für Europa verfügbar. Mal sehen, wann es hier kommt. Mal sehen, wann es hier kommt. Mal sehen, wann es hier kommt. Mal sehen, wann ist zur Vista-Vist Christiansan?